Sind Freelancer und Marketingagenturen eigentlich bald arbeitslos dank ChatGPT und anderen AI-Tools? Darüber möchte ich heute mit euch reden. Viele wissen es von euch, ich bin Inhaber einer Agentur für Suchmaschinenoptimierung und einer Agentur für digitale Personalgewinnung und seit über 8 Jahren im Bereich Online-Marketing tätig. Macht da auch Beratungen, Consulting, Dienstleistungen, also das ist komplett mein Feld. Jetzt kommt ChatGPT und die ganzen AI-Tools dazu und könnten mir eventuell gefährlich werden, wenn wir meinen Job wegnehmen, denn ja, wer weiß, ob das Ganze denn noch funktioniert, weil wenn die AI viel günstiger und schneller als ich arbeitet, welcher Kunde ist denn dann auch bereit dazu, mir die gleichen Summen zu zahlen? Stimmt das wirklich oder muss man das vielleicht ganz anders betrachten? Darüber möchte ich mir heute mit euch kurz reden und die Sicht eines Agenturinhabers mal geben, wie sich auch so die Marketingwelt verändern kann in dem Bereich und natürlich auch speziell auf meinen Bereich hinaus, wie zum Beispiel SEO, was ihr eben auch seht, was ich hier gerade eben aufgemacht habe, wie sich den Bereich Zoom-Maschinen-Optimierung zum Beispiel so exemplarisch für alle anderen Marketingbereiche entwickeln kann in Zukunft. ChatGPT als Gegner oder als Freund, was ist mit zukünftigen AIs, die zum Beispiel auch von Google jetzt kommen? Google hat ja auch sein eigenes ChatGPT quasi jetzt announced. Darüber wollen wir heute reden und ich gebe euch mal so ein bisschen eben meine Sicht auf die Dinge. Übrigens lasse ich euch einen Link in der Videobeschreibung zu meinem Zweitkanal, nämlich der Videoküche. Da könnt ihr quasi live dabei sein, wie wir gemeinsam mit euch einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufbauen, wo wir Marketingtricks teilen, wo wir YouTube-Wachstumsstrategien teilen. Alles, was wir selber quasi lernen auf dem Weg, um diesen Kanal groß zu machen. Den Satz, diese Learnings, die geben wir euch live quasi vor Kamera mit und ihr könnt gemeinsam mit uns groß werden. Also würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo da lasst und ein bisschen Liebe zeigt. Jetzt aber wirklich mal die Frage, wird zum Beispiel Suchmaschinen-Optimierung ganz, ganz anders werden? Muss ich in Zukunft in meine Agentur, der Convect-Agentur für Suchmaschinen-Optimierung, muss ich da jetzt geringere Preise ansitzen? Interessanterweise kommen viele Kunden auf uns zu und sagen in der letzten Zeit, hey, ja, ich habe ja auch von ChatGPT gehört, das ist übrigens meine Agentur. Nur, dass ihr wisst, das ist auch wirklich eine existente Agentur. Warte, hier unten seht ihr auch ganz kurzer Beweis. Dachte, das bin ich mit meinem Geschäftspartner. Also ist meine Agentur alles gut, weil ich auch immer gefragt werde. Oder es gibt manchmal kritische Stimmen, die sagen, zeig doch mal deine Agenturen. Erstmal, das tue ich die ganze Zeit. Ich habe das überall verlinkt, meine ganzen Projekte auf meiner Webseite bastian-dears.de. Könnt ihr alle meine Firmen einsehen. Der Link zu meiner Webseite ist auch in der Videobeschreibung drin. Das aber nur mal kurz am Rande. Also, jetzt aber wirklich die Frage, bin ich bald arbeitslos? Viele Kunden sagen, hey, ich habe von diesem Hype-Chat-GPT gehört. Was kann ich tun? Was könnt ihr tun? Was müssen wir jetzt machen? Und ich habe zum Glück noch nicht die Frage bekommen, seid ihr jetzt obsolet? Aber ich weiß, dass diese Fragen irgendwann kommen werden. Die Kunden sind auch verpflichtet, das zu fragen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Ihr seht zum Beispiel übrigens eine Sache hier. Wir haben dieses Thema KI schon längst, schon seit Jahren in die Prozesse bei uns im Bereich so manchmal schon eingegliedert und bewerben das natürlich jetzt nochmal aggressiver als früher, weil das halt gerade ein Hype-Thema ist. Aber Marketingagenturen nutzen künstliche Intelligenz solche Tools schon längst in den letzten Jahren, um damit einfach die Prozesse zu optimieren, um den Output, die Dienstleistungen auf ein viel, viel größeres, besseres Niveau zu heben. Das heißt, das ist eigentlich gar nichts Neues für uns. Und da ist eben auch schon so ein bisschen die Antwort darauf, ob jetzt Marketing-Experten in einem Bereich bald arbeitslos sind oder nicht. Schauen wir uns aber noch mal ein anderes Beispiel ein. Jetzt gehen wir hier auf Fiverr, auf eine klassische Freelancing-Plattform und gucken wir uns mal an, was die High-Quality-Dienstleister denn an Preisen nehmen können. Dazu habe ich, wie gesagt, hier einfach mal SEO eingegeben. Wir machen jetzt diesen Haken hier an Pro-Dienstleistung. Jetzt werden uns wirklich nur die pro-verifizierten Fiverr-Dienstleister im Bereich Suchmaschinen auf dem hier angezeigt. Also die Creme de la Creme der SEO-Freelancer auf Fiverr. Und wenn wir hier sehen, wenn wir uns die Preise mal ein bisschen angucken hier, die sind relativ gleich geblieben. Also das heißt jetzt nicht irgendwie, dass die groß nach unten gegangen sind. Die sind eigentlich immer noch auf dem Niveau, wo sie mal waren. Tendenziell, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil wir ja auch mit vielen Textern zusammenarbeiten, die wir für manche Projekte mit dazunehmen, für manche SEO-Experten, die wir für manche Projekte unserer Kunden mit dazunehmen, tendenziell werden die Preise sogar höher. Das muss ich mal vorstellen. Das heißt im Prinzip zahlt ihr viel mehr Geld noch als früher für einen guten Dienstleister, der ein gutes Marketingverständnis in einem bestimmten Bereich, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung hat. Woran liegt das jetzt? Die AI wie ChatGPT kann zwar natürlich viel machen, aber sie kann euch nicht alles abnehmen. ChatGPT ist ohne Frage ein unfassbar smartes Tool und es kann richtig, richtig viel, aber es kann zum Glück noch nicht so viel, dass es uns in irgendeiner Form ersetzen könnte, wenn es um hochqualitatives Marketing geht. Die Texte, die ChatGPT ausspuckt, auch die Suchmaschinenoptimierten Texte, die das Tool ausspuckt, die sind nicht gut. Ja, die sind von der Grundidee nicht schlecht, aber sie sind einfach weder für die Suchmaschine Google noch für den Menschen, der das dann am Ende liest, optimiert. Bedeutet, ich alleine mit so einem generierten Text, wenn ich da einfach nur auf Generieren klicke und den würde ich jetzt so nehmen und auf der Webseite einbinden, würde weder Rankings passieren, ich würde also weder sichtbar sein auf Google, noch würden Menschen, die auf so einen Artikel draufkommen würden, sich angesprochen fühlen und sagen, hey, gut geschrieben, ich kaufe jetzt etwas, weil mich dieser Text so überzeugt. Funktioniert nicht. Das heißt, SEO und Copywriting, das sind Tools, das sind Berufszweige, ja, die werden sich etwas ändern in Zukunft, aber sie werden immer noch hauptsächlich davon abhängig sein, dass Experten wie wir und wie du es vielleicht auch bist oder noch werden kannst, einfach in der Lage sind, diese Tools zu nutzen im Arbeitsprozess, aber die menschliche Intelligenz in diesen Expertenbereichen, die ist unersetzlich und die kann ChatGPT und Co. in den nächsten Jahren schlichtweg nicht leisten. Und wenn du sagst, dass du auch ein Experte in einem bestimmten Bereich werden möchtest, zum Beispiel im Bereich Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing, Agenturaufbau, ich lasse dir mal einen Link zu meinem Coaching in der Videobeschreibung, da kannst du schon auf Stundenbasis mit zusammenarbeiten. Wie gesagt, ich bin seit acht Jahren im Online-Marketing tätig und in diesen Bereichen hier von der Gründung über das Erlernen eines digitalen Skills bis hin zum Verkaufen eines digitalen Skills, kann ich dir natürlich sehr, sehr gut helfen, habe viele Teilnehmer, bei denen ich auch Fiverr die aufbaue oder eben auch Leuten, denen ich dabei helfe, eine Agentur aufzubauen. Deswegen, du siehst hier, die Preise ist relativ erschwinglich, kannst du schon mit einer Stunde auf mir zusammenarbeiten. Link in der Videobeschreibung kannst du dir gerne mal anschauen. Also zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, wir werden zum Glück als Experten nicht ersetzt, aber, und das ist ein mahnendes Wort, wenn ihr in Zukunft keine guten Dienstleistungen erbringen könnt und ihr seid mittelmäßig, dann müsst ihr aufpassen. Es gibt nämlich ein paar Dienstleister, und leider gibt es da relativ viele von eigentlich, die mehr versprechen, als sie können oder schlichtweg selber noch nicht genau wissen, wie viel sie eigentlich machen müssen, um eine gute Dienstleistung zu erbringen. Schlechte Dienstleister können perspektivisch in den nächsten Jahren von KI ersetzt werden. Nicht alle, das sage ich nicht pauschal, aber einige davon werden es schwer haben, denn schlechten Textoutput zum Beispiel, das kann ja ChatGPT auch. Und jetzt ist die Frage, braucht man da noch Dienstleister, die dann vielleicht das Doppelte kosten? Und das heißt also, Punkt Nummer 1, um euch quasi für die Zukunft zu widmen, um auch so mit solchen Tools wie ChatGPT eben, ja, mithalten zu können, beziehungsweise immer deutlich besser sein können als die. Punkt Nummer 1, seid einfach verdammt gut in dem, was ihr macht. Lernt also einen digitalen Skill mal so richtig, richtig gut, und dann seid ihr ein Experte, und Experten werden auch in den nächsten Jahren, und ich lege mich darauf fest, in den nächsten Jahrzehnten extrem gut bezahlt werden, und eine KI kann diesen Experten nicht das was erreichen, wenn es ums Thema Marketing geht. Und Punkt Nummer 2, ist es wichtig, dass wir solche Tools wie ChatGPT, wie die Tools wie das Barge-System von Google, was jetzt demnächst kommt, und die ganzen anderen ChatGPT-Varianten, die dann in der Zukunft auf uns zurollen werden, dass wir lernen, mit AI zu leben, und uns weder gegen AI positionieren, noch zu 100% nur noch mit AI arbeiten. Wir müssen diese Tools, diese künstlichen Intelligenzen sinnvoll in unseren Arbeitsprozess integrieren, und dann können wir damit einfach unsere Dienstleistungen auf ein besseres Niveau heben. Beispiel mal aus unserer eigenen Agentur. Wir machen es folgendermaßen, dass wir, wenn wir Texte schreiben, haben wir unserem Team, unserem Texter-Team, eine Anleitung gegeben, eine digitale Anleitung, wie sie zum Beispiel ChatGPT nutzen, und noch andere Tools, wie zum Beispiel Surfer SEO und Jasper.ai, um ein Outline für einen Blogartikel zu schreiben. Das heißt, die künstliche Intelligenz hilft uns dabei beim Brainstorming und dabei einen Text zu gliedern und zu strukturieren und semantische Keywords zum Beispiel zu erstellen. Das heißt, die Zuarbeit und die Grundlagenarbeit, die kann künstliche Intelligenz tatsächlich auch bei uns in der Agentur extrem verbessern, nicht vielleicht vereinfachen, vielleicht ein bisschen, aber vor allem kann sie bessere Dienstleistungen gewährleisten. Und das Schreiben, das SEO-Schreiben, das müssen nach wie vor Menschen übernehmen, weil, wie gesagt, wenn ihr selbst mit ChatGPT schon mal gearbeitet habt, die Texte sind in Ordnung, aber mit Thema Werbetexten, Copywriting oder suchmarschig optimierten Texten hat das Ganze nichts zu tun. Das ist auch noch nicht die Aufgabe von dem Tool. Deswegen, das ist der Use Case, wie ihr es machen sollt. Smart, so ein Tool wie ChatGPT, integrieren und nicht einfach nur darauf setzen, dass es einfach alles für euch übernimmt. Wenn ihr smart integriert, dann könnt ihr die Dienstleistung sogar verbessern und dann könnt ihr sogar mit der gleichen Dienstleistung, und da bin ich auch ziemlich sicher, sogar in Zukunft noch mehr Geld verlangen. Warum? Weil die Qualität besser wird. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr Dienstleistungen mit ChatGPT aufbauen könnt, dann lasse ich euch in der Videobeschreibung einen Link zu meiner Playlist von ChatGPT, da könnt ihr mal reingucken. Und ich lasse euch nochmal im ersten Kommentar ein sehr, sehr cooles Video, wie ihr ein sehr, sehr schönes Modell auch über Google gepaart mit ChatGPT aufbauen könnt, um damit richtig gutes Geld zu verdienen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos.